Jo, besten Dank, ihr Sarekka Hüttencamp für die Nominierung. Ja, wie ihr seht, ich bin wieder mit dem Grillabend leider nix, weil wir trinken euer Bier schon selber. Und wie ihr seht, sitzen wir hier gerade auf dem Sofa. Ja, lasst euch mal überraschend mal fest probieren. Ja Jungs, bevor wir überhaupt dieses kalte Wasser springen können, müssen wir erstmal ein Schluck Bier trinken. Jungs, sauf! Ja, okay, ja, schnell mit dem Grillabend wir leider nix, aber, naja, wir nominieren. Dann die Schweinekehls auf Latberg, dann neunieren wir die Thaikehls mit dem Wurm und die Pokerkehls. In meiner Party, also lauf, doch mal ums Haus, komm! Ich tanz, tanz, tanz aus der Reihe, ich nimm an, lauf und spring durch die Scheibe, weil ich immer in Bad Reine. Ich tanz, tanz aus der Reihe, in der Schule, tanz, tanz aus der Reihe, ich nimm an, lauf und spring durch die Scheibe, weil ich immer in Bad Reine. Fuck him, fuck him, du bist dran, wir schaffen!